Unser oberster Gerichtshof hat zugunsten unbegrenzter Spenden in der Politik entschieden. Das scheint eine Verletzung der demokratischen Prinzipien zu sein. Wie denken Sie hierüber? Es verletzt den Kern dessen, was Amerika hinsichtlich seines politischen Systems zu einem großen Land gemacht hat. Nun ist es nur noch eine Oligarchie, in der im Wesentlichen grenzenlose Bestechlichkeit über die Präsidentschaftsnominierung oder die Präsidentschaftswahl entscheidet. Und das gleiche gilt für Gouverneure, US-Senatoren und Kongressmitglieder. Wir sahen soeben die vollständige Zersetzung unseres politischen Systems zugunsten der größten Spender, die Vergünstigungen für sich selbst wollen, erwarten und manchmal erhalten, nachdem die Wahl vorüber ist. Die Amtsinhaber, egal ob Demokraten oder Republikaner, betrachten dieses unbegrenzte Geld als ihren eigenen großen Verdienst. Wer bereits im Kongress sitzt, hat weit mehr an einen eifrigen Spender zu verkaufen als ein Anwärter. Das ist sehr unbegrenzt.